Hallo, willkommen zu meinem nächsten Wochenvlog. Heute ist schon Donnerstag und ja, ich habe meine Prüfung jetzt hinter mir. Die erste war richtig doof, die am meisten zählt. Total blöd gewesen, weil die komplett umgestellt wurde und ja, keine Ahnung. Alle waren damit unzufrieden, nicht nur ich alle. Und ja, die anderen waren ganz gut. Da habe ich jetzt schon so vorläufige Ergebnisse, also von jemand anders gesehen und wenn das so passt, dann habe ich ganz gute Noten. Das wäre ganz geil. Naja, auf jeden Fall ja, Prüfung rum. Ich bin erleichtert, aber es kommt noch ein bisschen mehr auf mich zu. Und ich wollte euch noch was zeigen. Ich habe hier was richtig Süßes. Guckt mal, das habe ich mir bestellt von Bosch. Ich habe das gesehen und war so, oh mein Gott. Ich meine, ab und zu backe ich mal was und das ist so süß. Erstmal, weil es von Bosch ist, ist schon mal cool. Und dann bitte ein rosaner Handmixer. So, das ist ja wohl mega geil. Deswegen habe ich mir den einmal gekauft und ja, heute habe ich noch ein Raclette bekommen. Das hat irgendwie meine Oma und mein Opa haben das Geschenk gekriegt. Also von so einer Zeitschrift, war keine Ahnung. Gab es ein Raclette dazu oder so? Keine Ahnung. Und das haben sie mir geschenkt. Sehr gut, ein ganz neues, wirklich gutes Raclette. Ja, ach ja, das habe ich noch gar nicht erzählt. Und heute wurde mein, ähm, Kaufpreis, der Kaufpreis überwiesen. Das heißt, also morgen kommt dann, denke ich, was Geld an. Spätestens morgen gehört mir dann die Wohnung. Yay, ich freue mich richtig. Ja, morgen gehört sie endlich mir. Sehr gut. Ja, das wollte ich euch nur erzählen. Jetzt gleich gehe ich essen mit Tabea. Ja, und zwar gehen wir zum Griechen. Sehr lecker. Ich freue mich mit Peperonis und so, damit ich morgen alle schön zustinke. Weil wir fahren morgen von der Klasse aus in den Moviepark. Dann freuen sich alle, wenn ich nach Knoblauch rieche. Hallo ihr Lieben. Heute ist schon Samstag. Ähm, gestern war wir hier im Moviepark. War richtig, richtig cool. Auch, wenn es mal kurz gewittert hat und dann die Fahrgeschäfte natürlich nicht mehr fahren durften. Ähm, aber es war richtig cool. Und dann abends war ich noch weg. Und ja, jetzt ist Samstag. Ist auch schon ein bisschen später. Ich habe an einem Report für die Schule gearbeitet. Und, ähm, ja, heute kamen fünf Pakete wieder für mich an. Ja, im Moment ist es viel, aber ihr wisst ja auch warum. Ähm, zum einen kam ein Spiegel an. Ich will jetzt nicht nochmal hochrennen, aber den zeige ich euch definitiv nochmal. Dann kamen noch so Lampen an, weil mein TV-Lowboard so beleuchtet wird. Jetzt muss ich das eine nochmal zurückschicken, weil es das Falsche war. Sowas halt. Und, ähm, ja, heute kam als erstes mal meine My Little Box gerade noch an. Die zeige ich euch natürlich in einem Video. Dann hier, ähm, die Vegan Box. Ich stelle die mal so hier hin. Die kam mit mir heute an. Und dann habe ich noch bei einem, also ich habe noch was zugeschickt bekommen. Und zwar für so einen Produkttest, ähm, habe ich hier Vio Bio Limo in Leicht erhalten. Die gibt es jetzt seit März 2017. Ähm, sind richtig coole Behältnisse, weil die, ähm, ja, nicht so schlecht für die Umwelt sind, sage ich mal. Die sind, bestehen jetzt nicht richtig aus Plastik. Moment, ich kann euch das mal sagen, falls euch das interessiert. 40 Sekunden. Ähm, 45 Prozent weniger Zucker sind da drin. Verwendete Früchtestamme aus ökologischem Anbau, Bio- und Vegan zertifiziert. Ähm, ja, zu den Flaschen, die sind zu 14 Prozent aus nachwachsenden pflanzlichen Rohstoffen und zu 35 Prozent aus recycelten Kunststoff. Ja, äh, das wollte ich euch nur kurz sagen, falls euch das interessiert. Weil ich die im Moment teste. Also ich habe heute schon angefangen. Ich habe heute auch mit ein paar Nachbarn was schon ausgegeben. Da gibt es, ich habe die in drei Sorten bekommen, auch noch ein paar mehr Flaschen. Und zwar hier einmal Apfel, Braunbeere. Die finde ich ganz gut. Also die sind halt, für Leute, die es wirklich süß mögen, ist das nichts. Ich bin ja eigentlich sonst eher jemand, der es mehr süß mag. Aber das geht noch. Ist es noch okay für mich? Ähm, das finde ich ganz gut eigentlich. Dann habe ich hier die Zitrone, Limette, Minze. Finde ich jetzt nicht schlecht, aber es würde ich als letztes nennen, weil ich jetzt nicht so der Mega-Mins-Fan bin. Das werde ich aber meinem Bruder, ähm, zu trinken geben, weil der steht ja voll auf Minze. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er es gut finden wird. Und mein Favorit, ähm, ist hier Orange-Mango-Passionsfrucht. Wollte ich euch nur kurz mal zeigen. Ich berichte noch, wenn ich nochmal richtig getestet habe, ähm, ob ich es mir nochmal kaufen würde oder eher nicht. Aber, ähm, erstmal ein bisschen testen. Achso, ich hatte noch vergessen, uns was zu sagen. Und zwar, ähm, fahre ich gleich wieder essen. Ihr könnt euch auch denken, wohin. Also, wann war ich das letzte Mal essen? Ich glaube, erst mal im letzten Vlog, ja. Auch wieder zur Ischibahn. Ischibahn, ja, wir sind alle süchtig. Ich kann nichts dafür, vor allem ich. Aber das ist nicht auf meinem Mist diesmal gewachsen. Die anderen wollten da hin und... Als ob ich dann Nein sagen kann. Es gibt Sushi dort, also ich kann nicht Nein sagen. Ähm, ist nur ein bisschen, alles von der Zeit ein bisschen knapp, weil ich danach direkt, ähm, abgeholt werde von Tabea. Wir, ähm, gehen heute Abend noch auf ein Schützensfest. Und deswegen, ja. Alles ein bisschen knapp, deswegen bin ich jetzt auch noch nicht geschminkt, weil ich muss jetzt direkt gleich los. Ich gehe da jetzt ungeschminkt hin zum Essen. Meine Haare habe ich jetzt... Oh, wo ich sage Haare. Äh, ich muss mein Glätteisen einstecken. Ähm, ich nehme mich mit meinen Schmink, habe ich schon eingepackt. Die nehme ich mit zu Tabea und schminke mich dann da nachher. Ähm, deswegen jetzt schnell Glätteisen einpacken und dann geht's auch schon los. Hallo Leute, ich melde mich auch mal wieder. Es ist, seitdem ich das letzte Mal gevloggt habe, ist, glaube ich, schon eine ganze Woche vorbeigegangen. Ähm, und ich wollte gerade das Video eigentlich schneiden und dachte mir so, oh, das sind vielleicht, wenn es hochkommt, vier Minuten. Und deswegen werde ich diesen Wochenblog, der jetzt kommt, dann auch mit zupacken. Da fange ich jetzt mit an, weil es ist jetzt Montag. Also die Woche hat gerade erst begonnen. Und ich weiß gar nicht, ob ich noch was zu... Ach ja, genau. Es gibt diesen... Also dieses Jahr noch. Noch eine Reise. Also für alle, die gerne vielleicht meine USA-Reise geguckt haben, wird es vielleicht noch ein bisschen was geben. Und zwar geht es ganz spontan, nämlich schon nächsten Monat, nach Spanien. Ich fahre mit einer Freundin, ähm, nach, äh, Gran Canaria für acht Tage, all inclusive und so. Also das haben wir recht spontan gemacht, aber ich freue mich schon richtig drauf. Das ist das erste Mal Urlaub ohne meine Familie. Das ist das erste Mal mit einer Freundin. Und ja, ich freue mich da schon richtig drauf. Haben wir heute gerade erst gebucht. Und ja, mit der Tabea fahre ich da hin. Das wird bestimmt richtig, richtig cool. Wie gesagt, acht Tage habe ich gesagt. Naja, und schön am Strand dann. Und Pool haben wir alles. Das wird bestimmt cool. Ich hoffe, man hört gerade den Rasenmäher draußen nicht. Ähm, dann wollte ich noch überlegen, ob ich noch irgendwas vergessen habe, euch zu sagen. Weil es ist ja, wie gesagt, eine Woche rumgegangen. Ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwas Spannendes war. Aber, ähm, hm, ach Moment, ich wollte euch noch was zeigen. Ähm, ich merke mich sofort wieder. So, und zwar wollte ich euch dieses Produkt hier zeigen. Das ist ganz neu und zwar von BB Beautiful. Hautbildverschönerende Reinigungsmaske. Alle Hauttypen. Das habe ich zugeschickt bekommen. Macht da so einen kleinen Produkttest wieder. Und ich habe es jetzt erst einmal probiert, aber ich wollte schon mal so meinen ersten Eindruck sagen. Und zwar fand ich es bisher ganz gut, muss ich auf jeden Fall sagen. Ähm, das Coole ist halt hier, das ist nicht, ich weiß natürlich noch nicht, ob es lang, also ob es wirklich eine Langzeitwirkung hat. Aber das werde ich auf jeden Fall noch testen. Ähm, das Coole ist, wie gesagt, hier das ist für die Dusche Reinigung in nur 60 Sekunden. Und sonst musst du ja eine Maske schon so um die 5 bis 10 Minuten, glaube ich, tragen. Und da steht, das Hilfporn zu verfeinern. Hinterlässt ein strahlendes Hautbild. Ähm, ja, das sind immer so Sachen, finde ich, wenn das da draufsteht, da weiß man nicht mal wirklich, ob es das bringt, weil Hilfporn zu verfeinern, das kann man, finde ich, schlecht sehen. Also nur so ein bisschen. Und das hinterlässt ein strahlendes Hautbild. Naja, wenn die Haut, ähm, mit Feuchtigkeit versorgt wird, strahlt sie, ja klar. Also das sind so Sachen, weiß ich noch nicht, ob das so vielversprechend ist. Ähm, ich kann jetzt nach dem ersten Mal auf jeden Fall sagen, dass meine Haut da sehr weich war und wirklich sehr schön gepflegt sich angefühlt hat. Ähm, was natürlich auch schon super ist. Und ich muss mal kurz sagen, dass ich dieses Packaging auch sehr, sehr hübsch finde, muss ich dazu sagen. Das sind übrigens 150ml, nur dass du es wisst. Ja, das wollte ich euch nur kurz zeigen. Da habe ich auch noch ein paar Pröbchen gekriegt. Das werde ich dann immer in die nächsten Verlosungen. Und es wird bald wieder eine Verlosung geben. Wartet bitte noch ein bisschen, aber es kommt bald. Ähm, dann könnt ihr da auf jeden Fall ein paar Pröbchen. Tue ich vielleicht immer zwei Stück dran, damit ihr es ein bisschen testen könnt. Und ja, das wollte ich euch für heute sagen. Ich schneide jetzt erst mal ein Video. Ich hatte noch Ewigkeiten aufgebraucht Video gefilmt gehabt. Das sollte ich jetzt endlich mal schneiden. Das mache ich jetzt auch. Weil ich ja jetzt bald auch wieder regelmäßig Videos hochladen will. Sobald ich mit meiner Ausbildung durch bin, also ich sage mal ab Juli, werde ich auf jeden Fall wieder regelmäßig Videos hochladen. Und ich versuche dann auch dreimal die Woche Videos hochzuladen. Ist noch kein Versprechen, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich werde mir Mühe geben, dass dann der Donnerstag noch dazukommt. Also Dienstag, Donnerstag und Samstags. Ähm, ja, ich gebe mir Mühe. Und falls mein Auge, das ist so rot, äh, tut mir leid, ich habe Heuschnupfen. Und das juckt irgendwie übertrieben soll, das Auge. Ja, genau, das wollte ich euch nur sagen. Ich melde mich im Laufe der Woche wieder. Heute, wie gesagt, ich werde nur noch Videos schneiden, aufräumen. Nichts Spektakuläres, da kann ich euch nicht bei mitnehmen. Von daher, bis die Tage. Bis die Tage. Hallo ihr Lieben, es ist Freitag. Und, ach, Männer so. Ähm, ich war gerade bei Hornbach. Wir haben da dieses Bild, ähm, zum Bespannen hingegeben. Und ich habe mir schöne Töpfe gekauft, wie ihr hier seht. Mit, ähm, fleischfressenden Pflanzen. Weil ich die immer so, so geil finde. Und deswegen haben wir erstmal hier zwei mitgenommen. Ähm, die bleiben da nicht stehen. Ich habe sie jetzt erstmal dahin gestellt. Und noch für meine anderen Pflanzen Töpfe geholt. Ich habe nämlich eine Paprikapflanze, eine Gurke und zwei Tomaten. Und dafür habe ich mir Töpfe geholt und alles. Und so, Rangdinger und so. Ja. War teuer. Aber egal, jetzt habe ich voll coole Pflanzen. Und ich hoffe, dann sind auch die Fliegen bald weg hier. Und die sehen halt einfach cool aus. Ja. Das ist das. Und jetzt muss ich nochmal in die Stadt. Äh, mein Hund ist ja auch da. Und für den wird jetzt auch nochmal was gekauft. Und zwar ein neues Halsband und eine neue Leine. Wo er jetzt hier ist, da können wir nochmal zusammen da jetzt hinfahren. Deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg. Und jetzt sehen wir mal. Haha. Vielen Dank.